Worauf muss ich während der Schwangerschaft achten? In der Tat ist es so, dass Sie während der Schwangerschaft ein etwas abgeschwächtes Immunsystem haben und daher anfälliger für bestimmte Krankheiten sind. Und auch das ungeborene Kind ist gefährdet durch einige Infektionskrankheiten. Wichtiger als Hygienemaßnahmen, besondere Hygienemaßnahmen ist es aber, dass Sie auf einige Lebensmittel verzichten, also rohes Fleisch und Fisch, Rohmilchprodukte. Und Sie sollten auf jeden Fall mit Ihrem Frauenarzt auch nochmal über das Thema sprechen.